Herzlich willkommen aus Bischofshofen. Wir haben uns genauso wie der gesamte Tourneetross durch den Schnee gekämpft. Wir sind über den Pass gefahren, wir hatten ja einen guten Allrad, die anderen sind im Tal geblieben. Aber Dirk, wir haben noch unsere Aufarbeitung vom Springen gestern, vom dritten Springen am Berg Isel. Da ging es ja drunter und drüber ein bisschen. Ja, das ist wohl wahr, allerdings nicht das erste Mal. Und am Berg Isel ist man vielleicht solche Situationen schon zumindest mal gewohnt. Anzi Koivoranta hat seinen einzelnen Weltcup-Sieg auch nur in einem Durchgang erzielt. Und auch da war es windig. Was gestern über die Bühne gegangen ist, natürlich hat es Diskussionen gegeben und die gibt es immer noch. Es war irgendwo ein bisschen tragisch, dass Stefan Kraft quasi gestern die Tournee verloren hat. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, die Jury hätte hier drei, vier Minuten warten müssen. Und dann wäre es vielleicht noch ein bisschen anders gekommen. So ist es das Aus für ihn. Das ist jetzt mal der Fakt, aber grundsätzlich aus meiner Sicht hat ja jeder gewusst, dass es schwierig wird. Dass es schwierig wird. Und es gab schon so viele Springen in der Art und Weise, die abgelaufen sind. Und es wird auch nicht das letzte Springen sein, was im Weltcup so auf die Art und Weise über die Bühne geht. Und nur gut, was will man machen? Wir haben das dritte Springen. Es ist alles aufgebaut. Die TV-Stationen, alle sind dabei. Und jeder hofft vielleicht auch, dass es ihn nicht erwischt. Dass er derjenige ist, der das Glück hat und die Verhältnisse gut ausnutzen kann. Gerd, denk an Copio. Denk an Lillehammer. Denk an Harrerhoff. So oft sind eben Wettkämpfe mit nur einem Durchgang entschieden worden. Und Hauptgrund war immer der Wind oder der Schnee. Was sagst du immer so schön? Freiluftsportart. Ja, so ist es. So ist es ja am Ende auch. Dann hat man ja auch gehört, meistens eben hinterher. Ich finde immer die Diskussion hinterher ein bisschen mühsam. Klar, das Siegerpotest bleibt nicht frei. Am Ende hat sich die Klasse auch durchgesetzt. Zumindest im Bezug auf Daniel André Tande, dass bei solchen Verhältnissen auch mal Außenseiter auf dem Podest stehen können. Hast du eben angesprochen. Mit Anzi Kurvoranta war ein Beispiel. Gerade eben auch in Innsbruck. Aber eben dann auch mit dem Platz zwei und drei. Ich meine, die Jungs haben sich auch gefreut. Sie haben die Verhältnisse ausgenutzt. Aber sie haben halt auch einen klasse Sprung gemacht. Und den musste man eben auch abrufen gestern. Ja, vor allen Dingen Yevgeny Klimov hat sich natürlich diebisch gefreut. Und da gehen die Gedanken auch ein bisschen zurück. Neujahrsspring 2011 in Garmisch-Partenkirchen. Pavel Karilin war der letzte Russe, der auf dem Podest stand. Und zehn Monate später, früh um vier, ist er mit seinen Kumpels tödlich verunglückt. Und früh um vier ist man eigentlich auch nicht auf einer Dienstreise. Sollte zumindest nicht so sein. Ja, tragisch, tragisch. Leider. Aber es ist ja auch nicht so einfach. Peter Breus hatte sich danach noch mal gemeldet und hat gesagt, naja, man sollte doch einfach hier nicht springen in Innsbruck und zweimal in Bischofshofen springen. Na gut. Wenn wir jetzt hierher schauen, also es hat bestimmt 30 Zentimeter geschneit hier auch in Bischofshofen. Die Schanze war vorher schon fertig präpariert. Und jetzt hat natürlich das Organisationskomitee alle Hände voll zu tun, diesen ganzen Schnee aus dem Auslauf rauszukriegen und die Qualifikation zumindest planmäßig durchzuführen. Und deshalb ist es eben auch nicht so einfach mal zu sagen, wir springen mal zweimal in Bischofshofen. Also das ist schon, ja, wie man es macht, ist am Ende verkehrt. Aber so ist jetzt mal der Fakt geschaffen worden. Ich glaube auch, dass man der Jury keinen so großen Vorwurf machen darf. Nochmal, ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Es haben einige Glück gehabt. Colorado zum Beispiel, der Italiener. Ich denke, was ist denn hier los? Ist da ein Aggregat eingeschaltet? Auf einmal kriegt er nochmal einen Steigflug. Also der zum Beispiel hatte auch sehr, sehr viel Glück. Von Johansson hast du schon gesprochen. Andere mit viel Pech. Aber C'est la vie, sagt der Franzose. Lebe geht weiter, sagt ein anderer. Ja, hat er zumindest mal gesagt. Ansonsten ist es, muss man auch eben nicht den Sprung abrufen. Wir waren vielleicht auch bei Markus Eisenbichler die Verhältnisse nicht optimal, aber vielleicht der Sprung auch nicht optimal. Ähnlich vielleicht bei Stefan Kraft, ein bisschen vielleicht auch zu aggressiv rangegangen, geschwächt durch seine Infektion. Muss man natürlich auch mal, darf man auch anmerken, geschwächt durch die Infektion. Aber am Ende ist nun mal das Ergebnis, wie es ist. Und da ist aus dem Dreikampf jetzt ein Zweikampf geworden. Das war ja so, Gerd. Die Zimmerkollegen, der Kraft, die hat ja den Heiböck angesteckt hier. Und beim Kraft, da ging es noch einigermaßen. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, aber kein Fieber. Und Heiböck hat es richtig niedergehauen. Ja, so ist es halt. Severin Freund ist nach Hause gefahren. Die Tournee fordert ihre Opfer. Nicht das erste Mal. Das ist richtig. Blicken wir vielleicht mal etwas voraus. Also, kam ich doch, dürfen wir Entwarnung geben. Also, er war gestern nochmal in der Klinik, nach dem Wettkampf, hat also da sich untersuchen lassen. Und der Dr. Hoser hat das also genau untersucht. Also, die Schulter ist auch nicht rausgesprungen. Er ist ja vor sieben Jahren an der linken Schulter operiert worden. Und er hat halt jetzt mit wirklichen Prellungen zu kämpfen. Und nach Aussage von Stefan Horngacher ist noch nicht ganz sicher, ob er heute an die Schanze fährt und an dem Training und der Qualifikation teilnimmt. Es wird man dann kurzfristig entscheiden, wie die medizinische Abteilung, gerade die Physiotherapie, ihn hinbekommt. Aber ansonsten sagt er, ja, wenn die Schmerzen in den Griff zu bekommen sind, dann ist er auf jeden Fall motiviert und heiß, dem Daniel André Tande den Gesamtsieg noch streitig zu machen. Und das wissen wir, der Kamil ist ein harter Hund und über den Daumen gepeilt. Zwei Punkte, das ist auf der Riesenschanze natürlich nicht so sehr viel. Also, wir sind uns einig, nur zwischen den beiden geht es noch um den Gesamtsieg. Außer, der Wind hat wieder ein Wörtchen mitzureden, aber der lässt sich zum Glück heute zumindest erstmal, wie es aussieht, etwas zurückhaltend hier an der Schanze blicken. Und da müssen wir abwarten, wie die Paarungen sind, ob Kamil Stoch dann an den Start geht oder vielleicht auch mal ein Daniel André Tande einen Sprung auslässt. Kann ja auch sein, denn die Form scheint er definitiv zu haben. Kraft sparen, also es wird interessant. Dass wir natürlich so ein kleines bisschen enttäuscht sind um das Abschneiden der Deutschen, das wollen wir nicht verhehlen. Das ist einfach so. So richtig ist die Tournee bislang nicht gelaufen. Und es wäre ganz selten, wenn in Bischofshofen das Oberste zu unterst gekehrt wird und umgekehrt. Aber vielleicht ist ja ein Podest drin. Zum Abschluss der Tournee. Es ist mit der Hoffnung, ne? Phrasenschwein, 5 Euro, Hoffnung stirbt zuletzt. Dabei wollen wir es auch belassen. Also, das war es aus Bischofshofen von Dirk Thiele und Gerd Sigmund. Das war es aus Bischofshofen von Dirk Thiele und Gerd Sigmund. Das war es aus Bischofshofen von Dirk Thiele und Gerd Sigmund. Das war es aus Bischofshofen von Dirk Thiele und Gerd Sigmund. Dirk Thiele und Gerd Sigmund. Dirk Thiele und Gerd Sigmund.